Wir sind Mediasport und das sind unsere Partner LiveLive via XC Crosscar Manufacturer Goldspeed Racing Products Windschiegel Maschinenbau Hoogstra Autosport Performance Autosport Parts Tim Leyendecker Horizontal Bordtechnik Racing Interior Und Deino Performance bei Candles Servus und herzlich willkommen liebe Autocrossfreunde hier auf dem YouTube Channel von Mediasport Wenn die Schwester von Eliska Pötlinova, übrigens ein gefeierter Popstar in Tschechien, ein Stelldicht eingibt, dann weiß man es ist ein ganz besonderes Wochenende in Humpolek zum Auftakt der tschechischen Meisterschaft FIA CEZ Ebenfalls mit dabei die slowenische Meisterschaft und so weiter und so weiter Volles Haus, volle Ränge und ein absolut super Rennen Die Touring Cars gibt es ja in Tschechien noch, es wird auch dort immer weniger Aber gucken wir mal, also es gibt keine Ambitionen dort die Touring Cars zu verbannen Das wäre auch sehr, sehr schade, denn da dürfen die Dinos dann wirklich noch um einen nationalen Meistertitel fahren und genau so auf dem Niveau, wie es auch mal in der Autocross-Europameisterschaft war Aber das ist Schnee von gestern, kümmern wir uns jetzt einfach um das aktuelle Geschehen auf der Strecke Mit Marcel Dlesk, mit Lukas Musil, mit Jerzy Brett, Rostislav Hilse und so weiter Dlesk gewinnt und sagt, es ist tolles Wetter, es sind tolle Rennen, ein super Track, also eine super Strecke So viele Zuschauer, mein Auto war perfekt, es gibt nichts, aber auch wirklich gar nichts, was ich auszusetzen habe Das war ein toller Auftakt für mich, das war ein toller Auftakt in Tschechien auch für den Autocross-Sport Und ich freue mich auf die weitere Saison So, Cross Cars und da sehen wir etwas ganz, ganz Neues Tobi Albers hat einen neuen Marat eingesetzt Dieses Fahrzeug, was ja auch wieder mal ganz spezial ist und speziell ist Das hat er hier erstmals der Öffentlichkeit gezeigt Hat sich angelegt mit den Cross Cars in Tschechien, wovon vier am Start waren Ja, und er hatte ein bisschen was zu arbeiten damit, aber dazu sagt er uns dann gleich noch ein bisschen mehr Sehr interessant, Rauchentwicklung können wir mal vernachlässigen Das ist richtig gut, wir haben nur noch kleine Probleme, aber das ist natürlich normal mit neuen Autos Aber das ist ein großes Projekt, wir sind angefangen so eineinhalb Jahre zurück Und jetzt ist es fertig und das ist das erste richtige Test am Strecke Und ich muss sagen, es ist richtig schnell, aber wir mussten jetzt noch so gedacht, dass alle Probleme weg sind Und dann können wir richtig für die Überwünung gehen Und ja, freut mich, uns zu sehen was passiert dieses Jahr Ja, es ist richtig schön, es ist richtig flatt, so jetzt sieht kein Loch, also das ist perfekt Natürlich auch mit neuen Autos, um erstmal zu probieren Ja, lieber den Strecke jetzt Und erstmal sehen, wir sind nur mit vier Autos So, 100% Finale und hoffen, dass in der Finale alles klappt Und dann sehen wir, wie Ende, diese Woche Ende Tja, und ich glaube, wir können sagen, Tobi Albers hat Bock Der hat Bock auf dieses neue Projekt und natürlich auch lustig mit seinen Konkurrenten Hier auf der Strecke zu betteln Es waren da unter anderem Tomi Barati aus Ungarn Sebastian Michulka und Drazen Knazic Die sich da hier auf der Strecke wirklich sehr übersichtlich, weil so wenig Teilnehmer dann hier duelliert haben Es gibt ja auch noch den Masken Cup von Roman Kalboda Dort waren dann viele Dutzend Autos am Start Aber die klassischen Crosscars dann halb wenig Barati hat gewonnen, Tobi Albers wurde Dritter Und das ist Elisca Plina Und wenn wir die sehen, wenn wir dieses Fahrzeug sehen, wissen wir Die Junior Buggys sind am Start Das ist die junge Dame, schon ein bisschen größer geworden Sie sagt, ja, wir sind hier mit unserem Fast and Speed Den sieht man auch im Hintergrund Der Marat, den wir auch haben Der braucht noch viel mehr Tests Aber vielleicht später werden wir ihn mal einsetzen Der Marat ist ein völlig anderes Auto Das ist ein ganz anderes Konzept Und ich muss einfach noch lernen, damit zu fahren Es ist ein komplett anderes Auto Und wer die junge Elisca kennt, der weiß, sie sagt immer die Wahrheit Und die ist noch so jung und die ist so erfrischend ehrlich Also, die wird uns aber gleich noch ein bisschen was zeigen Fangen wir mal an mit dem Start Übrigens Nassan Otting auch mit dabei Der junge Holländer wollte sich hier auch noch die Zweikampfhärte für den Auftakt in Selow Eine Woche später dann holen Und der hat sich wieder mal bombastisch verkauft Also, mit dem müssen wir auch rechnen in diesem Jahr So, Elisca Plinova, die kennen wir mal Also, das heißt, weibliche Doppelführung bei den Junior Buggys Die scheint auch das Fahren über den Winter nicht verlernt zu haben Warum? Auch So, und jetzt Achtung auf dieses Überholmanöver Elisca Plinova fährt außen herum In einer nach außen abfallenden Kurve Vorbei an ihrer Konkurrentin Für mich das Überholmanöver des Jahres schon jetzt Und daran sehen wir, wie gut die beiden Eliskas eigentlich sind Und da kommt einer noch dazwischen Das ist nämlich Nassan Otting Die drei haben sich abgesetzt Und da hat sich, dass der Nassan Otting auch ein bisschen abgeschaut Und führt ein ähnliches Manöver durch Und schiebt sich damit zwischen die beiden tschechischen Damen Zwischen Elisca Plina und Elisca Plinova Die das ganze Wochenende beherrscht haben Die Abstände dann hinterher ein bisschen größer Da ist das karierte Tuch Und da gewinnt sie, die Elisca Plina Nassan Otting ganz zufrieden mit seinem ersten Auftritt Und die Elisca Plinova sowieso Also sie sagt, ich bin total glücklich Nach dem Start war ich Zweite Aber dann habe ich die Elisca überholt Also für mich ist das ein toller Einstich in die Saison Ich habe maximale Punktzahl Und genau so habe ich mir das vorgestellt Und wenn sie sehen, wie sie mit ihrem Buggy umgehen kann Dann lässt das echt hoffen für die nächste Woche Die Buggy 1600 mit einem Neuanstieg von Anust Florian Das haben wir gewusst Er steht auch mit unter dem Zelt von Ladislav Hanak Und ganz ehrlich, der hat einen mega Job gemacht Er sagte, die neue Klasse ist super, die ist toll Aber es ist halt unterschiedlich Also es ist als wenn du von einem Skoda Octavia zu einem Ferrari gehst So groß ist der Unterschied Ich muss also noch viel lernen Insbesondere das brennt Das macht ein paar Probleme Aber es ist wirklich toll die Verzögerung Aber halt ganz anders als im Junior Buggy Markus Wibbler ist auch da Mit neuer Hinterachse Startnummer 107 Aber mit den bekannten Mediasportaufklebern Das spricht schon mal für ihn Und auch der Markus wollte sich ausprobieren Eine Woche bevor es dann in Seelow losgeht Mit dem Auftakt der Autocross Europameisterschaft Das ist jetzt komplett der erste Einsatz Also ich habe jetzt heute das erste Mal im Auto gesessen für dieses Jahr Ja, Humpolek ist immer eine fantastische Veranstaltung Die geben sich richtig Mühe Die Strecke haben sie komplett wieder neu gemacht Das ist wirklich perfekt Und das Auto hat auch gut funktioniert bis jetzt Im ersten Zeitreng, alles gut Ja, wir sind letztes Jahr Vizemeister geworden Es kann eigentlich nur ein Ziel geben Noch ein Platz besser zu werden Das lassen wir mal so im Raum stehen Aber die Konkurrenz hat ordentlich aufgerüstet Und wie diese jungen Tschechen da in Humpolek aufgetreten sind Das wird dem Markus auch ein bisschen Sorgen verhalten Auf die Stirn getrieben haben Jakob Nowotny sagt Toller Track, Superstrecke Übrigens ganz anders als im letzten Jahr Hier sind so viele gute Fahrer Das ist genau der richtige Test für Seelow Und ich bin froh, dass ich hier bin Und ja, drücken Sie mir die Daumen Ich habe mir einiges vorgenommen So, und das ist das tolle neue Auto von Philipp Turt Das ist von René Mandl gebaut Also F&S Chassis Und das haben wir schon vorgestellt Im letzten Mediasport Magazin Und der sagt Das sind meine ersten Runden mit diesem Auto Und es ist totaler Unterschied zum Junior Buggy Das Konzept ist unterschiedlich als bei Alpha Racing Und so muss ich mich komplett umstellen Ich muss ganz viel lernen Das Auto ist aber sehr gut Aber ich muss auch lernen Wie man diese Mehrleistung besser einsetzt Das kann ich aktuell überhaupt noch nicht nutzen Aber wir sind wie gesagt gerade erst am Anfang Und jetzt gucken wir mal Wie wir am Ende des Wochenendes da stehen So, dann haben wir mal den Start Und da ist Watschlaff Kindl mit der 121 Während wir eine Beherrschung der Junior Buggy eben hatten Gab es das bei den Buggy 1600 auch Denn Watschlaff Kindl mit dem Panigale Mit dem Ducati Panigale Motor Der hat, ich will nicht sagen Kreise um die anderen gefahren So groß waren die Abstände nicht Aber der war immer vorne Und hier auch Das sieht super aus, was der hier macht Und der Panigale Motor Der scheint über den Winter irgendwie Ja nochmal potenter geworden zu sein Aber das war schon eine echte Demonstration hier Da war auch Markus Wibbler übrigens extrem beeindruckt Der hier auf Platz 4 fährt Vor ihm Martin Watzulik Dann Arnust Florian Davor noch bei seinem allerersten Rennen Bei den Buggy 1600 Der hat sofort voll mitgemischt Also da muss ich ganz ehrlich sagen Das wird eine sehr, sehr spannende Saison Und das wird sogar ein super Auftakt in Seelow werden Wenn die alle wieder aufeinandertreffen Mit den Erfahrungen, die man hier gesammelt hat Werden die Autos innerhalb der Woche mit Sicherheit Sogar nochmal ein bisschen schneller Zumindest aber verändert Jakob Nowotny, den wir eben gehört haben Den amtierenden Meister Der fährt auf Rang 5 Damit einen Platz hinter Markus Wibbler Und dahinter dann Philipp Hartmann Adam Rauscher Ebenfalls ein neuer Mann mit der 177 So und das ist der Sieger Der Watschlaf Kind Der sagt, ich bin total überrascht Dass ich das Rennen gewonnen habe Aber es war alles perfekt Ich habe einen guten Start gehabt Und danach habe ich ehrlich gesagt Nur die Distanz gecheckt Zu Arnust Florian Der Speed ist super Am Start Und ja, war ich schließlich Vor den ersten beiden Der Europameisterschaft 2023 Beide sind hinter mir geblieben Und das nehme ich mal als Riesenerfolg Das kannst du auch Mein lieber Watschlaf Kindl Also ich glaube, die sind aussortiert Der ist vorbereitet auf die Saison So, jetzt zu den großen Jungs Jetzt zu den Super Buggys Mit dem amtierenden Meister Mit Peter Nikodem Der mir Oder der uns sagt Das Auto ist genau das gleiche Wie im letzten Jahr Der ist aber auch überhaupt nichts neu In der Garage zu Hause Haben wir allerdings einen neuen Rahmen Ein neues Chassis Mit einigen Modifikationen Und wir werden aber erst später damit starten Das neue Auto wird unterschiedlich sein Also neu ist für mich auch Das ist mein Bruder Bei den Racer Buggy 250 Fährt Hier sehen wir jetzt gerade Bild mit der Start Nummer 10 Also er muss eine Menge lernen Und das erinnert mich an meinen Weg In den Autocross-Sport Und das war ebenfalls sehr, sehr schwierig So, da haben wir Selleck Antony Der ebenfalls sagt Alles ist gleich geblieben Ist klar Nur ein paar kleine Modifikationen So, wir werden mal sehen Wie das hier läuft Und dieses Lächeln sagt Na, hat er uns wohl die Wahrheit gesagt Weil auch dieses Auto ging wie die Hölle Wenn ich das so glatt sagen darf So, da haben wir auch den Reutek Vazulik Der ebenfalls sagt Auto ist gleich Ich hatte einen neuen Overall Das hat sich verändert Haha Aber wir gucken jetzt einfach mal Wir werden uns schöne Rennen aussuchen Wir werden keine komplette Meisterschaft fahren Und deshalb gehe ich das Ganze extrem entspannt an Und was sagt der Jakob Kubitschek? Natürlich ist nichts neu Das Auto ist aber gut Und wir werden in der tschechischen Meisterschaft starten Alles ist gleich Aber die Dämpfer sind anders Naja, zumindest das gibt er schon mal zu Das ist ja dann auch schon mal was Aber schön, dass er wieder dabei ist Das Auto Der Hoschek Buggy mit der Startnummer 3 Wie immer komplett on fire Und der hat eine ordentliche Show geboten Also anders kann der auch nicht Ja, da sind auch Da gibt es ja so einen kleinen Trend Also alte Crossbuggys zu zeigen Wie das alte Auto von ihm hier Vorm Kollegen Hoschek Der sagt Ach, ich habe übrigens einen neuen Motor Mir mal zugelegt mit Turbo Das ist unterschiedlich Aber das ist ganz gut Ich kenne das Spiel ja schon Und wir werden sehen Was dann so passiert Ein Deutscher war auch da Und da freuen wir uns natürlich Wie bei den Sängern Die hören auf und kommen wieder Ich habe gesagt Wir können kein 1600 fahren Weil dort bin ich zu alt Und da habe Ich bekomme die Chance Von Roman diese Buggy zu testen Und es hat sehr gut funktioniert Dann haben wir gesagt Machen wir Probe Im Tschechischen Championat Und ich bin sehr zufrieden mit dem Auto Das Auto ist perfekt Das Auto ist ein Turbo Es ist sehr gut zu fahren Schön, dass du dich das traust Das muss man ja sagen Und das Auto von Roman Pollack Ist wirklich toll Willi Albers ebenfalls war Ja, ich bin zufrieden Ich habe viel Arbeit daran gehabt Diese Woche noch viele Stunden gemacht Bis abends spät Gestern war ich fast um 3 Uhr hier In der Nacht Und um 4 Uhr im Bett Ja, 6 Uhr wieder raus Das ist ja Wenig geslafen Aber ich bin richtig zufrieden mit dem Auto Das Auto ist nicht nervös An der Strecke hier Und das ist nicht meine Eigentlich ist meine Favorite Strecke Aber niemals bin ich hier An der Ich komme hier am 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 Ich hoffe, dass es diese Woche dann will Woher ist ein neues Auto besser? In ein altes Auto? Ja, das Auto ist komplett anders als ein altes Auto Wir haben ihn langer gemacht Die wheelbar ist richtig langer Der ist 20 cm langer als ein altes Auto Der Motor ist 35 cm mitgetrieben nach vorne Wir haben richtig mehr Druck an die Vorreder Und ja Ich bin richtig zufrieden damit Du magst Humpolets Ich weiß Aber Humpolets ist neu Neue Strecke für dich Ist gut? Ja, es ist super Ich finde Auf diesen Momenten ist die Strecke perfekt Ja Was ihr plänen dieses Jahr? Komplett 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 Saison Europa Meisterschaft Und Ja Ich muss denken Normaler gesprochen Ich habe keine Zeit Um noch extra Rennen zu machen Am Ende des Jahres komme ich immer hier Von der letzten Rennen In Humpolets Und dann haben wir eine schöne Party am Abend Und dann ja Das lieben wir Das wissen wir, Willi Und bitte lass nicht nach und mach Genau so weiter Denn so ist das Ja, der neue Marat Sieht komplett anders aus An der Hinterachse Wie gesagt Ganz anders Ganz neu Da fehlt es auch noch ein bisschen an Verkleidung Und so weiter Aber warten wir mal ab Ich denke mal Das wird sich auch optisch noch ein bisschen verändern Wichtig ist erstmal Dass der Speed da ist So, dann haben wir mal Halbfinale Dann haben wir den ersten Start Und Peter Nikodem Setzt sich mal nach vorne Zedek Antony dabei David Horak Lieber Paul Und Willi Albers Auch vorne mit dabei Da ist der Holger Goch dabei Mit einem Ja, fußneuen Hozek Baggi Und Olaf Zingel Auch im Halbfinale So, zweites Halbfinale Dann mit Jakob Kubitschek Start Nummer 3 Das Design kennen wir Hier ein bisschen anders Da ein bisschen anders Aber im Großen und Ganzen Gleich Savos Klenans Ebenfalls mit dabei Der Ungar Und da ist auch Otta Viborni dabei Aber vorne Kubitschek Vorarek Jordak Und Vazulik Und so schießen sie dann mal Vom Start weg Kubitschek lässt nichts anbrennen Und fährt hier mal vorne Vorweg und qualifiziert sich damit Fürs Finale So, das Finale startet jetzt Und jetzt waren natürlich alle gespannt Was passiert Peter Nikodem Übernimmt mal die Führung Aber Achtung Sedek Antony ist gleich auf Und der hat sich was vorgenommen David Horak auf 3 Jordak 4 Vazulik 5 Und dann der Ungar Savos Klenans So, und jetzt fährt der daneben Der Sedek Antony Und fährt entspannt vorbei Ich glaube, das kann man so sehen Und glauben sie mal ja nicht Dass der Peter Nikodem Den durchgewunken hat Also ganz sicher nicht Witt Nosalek ebenfalls dabei Mit der Start Nummer 12 Im weißen Alpha Racing Buggy Dieses Auto hat er ja übernommen Im letzten Jahr Und vorne an der Spitze Verkehrte Welt Und Peter Nikodem hat Probleme Diesem enormen Tempo Von Sedek Antony Zu folgen So, ja Da ist auch die Start Nummer 5 Radek Jordak ist sehr gut unterwegs Mit dem Turbomotor Den er ja wieder Eingebaut hat Oh, und dann Dreht sich Sedek Antony Und das ist Ja, die Riesenchance Für Peter Nikodem Das darfst du natürlich Nicht machen Wenn du vor Den Peter Nikodem fährst Weil das ist eine Chance Die lässt er sich mal Nicht entgehen Hier sehen wir gerade Otter Viborni Noch durchs Bild huschen Ja, und Peter Nikodem Fährt dann auch nach Hause Da konnte ihm der Radek Jordak Nicht mehr auf die Pelle rücken Der war viel zu weit weg Und auf Platz 3 Fährt im Fast and Speed Savolz Klenansch Der Ungar Das ist für ihn Ein toller Erfolg Auch mit Turbomotor Horak Auf 4 Watzulik Auf Platz 5 So, und dann geht es Mit vollem Speed Durchs Ziel Ja, und dann sagt er uns Also heute bin ich Echt glücklich Weil Sedek Antony War schneller Aber nach seinem Problem War es dann wirklich einfach Wir haben jetzt Volle Punkte aus diesem Rennen So, alles ist perfekt Also das war Ein toller Tag Ein tolles Wochenende Und ein super Test Für Selo Ich bin gespannt Was das Jahr So bringt So, Radek Jordak Der zweite Nach dem Start War ich nur vierter Das war eine sehr Sehr harte Erste Ecke Da waren viele zusammen Aber danach Hab ich David Horak Passiert Und ja Antony Hat sich gedreht Und danach war ich zweiter Also Samus Klenat Sagt Das ist unglaublich Für mich Der Start Zum Semifinale Da war ich Dritter Aber Er ist ein bisschen Zu langsam Gestartet Das hat er im Finale Allerdings Geändert So, liebe Zuschauer Das war Der erste Lauf Zur tschechischen Meisterschaft Ich hoffe es hat Ihnen gefallen Ich sage Tschüss Ciao, bye bye Wir sind Mediasport Und das sind unsere Partner Live-Live FIA XC Crosscar Manufacturer Goldspeed Racing Products Windschiegel Maschinenbau Hochstra Autosport Performance Autosport Parts Tim Leyendecker Horizontal Bohrtechnik Racing Interior Und Deino Performance Bei Candles Das ist Vielen Dank.